Okay, sind wir auf Sendung? Jo, meine Freunde, ich starte eine kleine Videoserie. Husur auf dem MTB, keine Ahnung, irgendein bescheuertes Name wird mir nur einfallen. Einfach ein bisschen, ja, Progression und so, ne? Motivation, für die, die es brauchen. Wow, ich geh' weg hoch. Äh, ich kann schon runterfahren und hochfahren und gerade fahren, aber, ähm, hoch, runter und gerade nicht besonders schnell. Wheelie, all die Sachen werden wir üben, werden wir machen. Und, äh, ja, jetzt erstmal Cut, aber vorher Ruhrgebiet, I love you! Leute, hier schon mal die erste Sache, diese Treppe, die will ich irgendwann runterfahren. Ja, fehlen mir noch ein bisschen, glaub' ich, die Skills zu, aber das kommt schneller, glaub' ich, als man denkt. Ähm, mal sehen. Jo, wir sind im Duisburg City Bike Park. Diese zwei Lines und dieser Jump. Ja. Ähm, ich bin jetzt die ganze Zeit die gleiche Line hier gefahren, die kurze, äh, ob's da so richtig auffällt. Aber in der Mitte ist dieser, ach, da sieht immer alles so scheiße klein aus, Mann. Ja, dieser Hubbel, da bin ich noch nicht drüber gesprungen, weil auf der anderen Seite geht's halt runter, was gar nicht noch runter aussieht, aber man landet nicht auf dem geraden Boden. Ja, da hab' ich noch ein bisschen Respekt vor. Leute, schwitzen. Legendaries, das ist eine wunderbare Bank, Pause zu machen. Während ich Pause mache, ein bisschen Footage für euch. Oah, wohohoho heal. Oh, wie. Ja, da sind nurden.